Hallo zusammen, ich hoffe ihr habt alle einen wunderschönen, gesegneten, sonnigen Samstag und Sonntag. Und ich hoffe auch euer Wochenende wird friedlich und entspannt. Ich wollte euch auf diesem Weg nochmal danken für eure Unterstützung, für eure Hilfe, für eure Treue, für euren Glauben an mein Projekt. Und ja, ich kann euch sagen, dass die ersten Nachrichten darüber jetzt schon demnächst rausgehen werden. Gute Nachrichten, ja, ich werde drei Videos mindestens drehen zu dem Doppelalbum, das 24 Songs enthalten wird. Eine ganze Menge ist das, finde ich. Ich freue mich sehr, sehr darauf, euch die präsentieren zu können. Die sind sehr vielseitig und ja, ich bin natürlich schon dementsprechend aufgeregt, wie ihr das Cover findet, also das Album-Cover-Design und ja, die Songtitel euch zu präsentieren und so weiter und so fort. Ja, ich wollte euch, wie gesagt, auf diesem Weg nochmal danken, weil ohne euch wäre dieses Projekt nie so zustande gekommen. Ihr seid der Hauptgrund, warum dieses Album überhaupt veröffentlicht werden wird, im Herbst. Genau, also wie gesagt, demnächst kommen die ersten Infos und ja, bis dahin wünsche ich euch noch weiterhin ein gesegnetes Wochenende.